ok leute es ist jetzt noch recht früh am morgen aber wie ihr sehen könnt ist hier schon eine admin shop und zwar ich zeige euch jetzt erstmal wie ihr hier hinkommen könnt ihr müsst einfach vom spawn müsst ihr das pilz biome suchen und dann geht einfach dahin ja so wir gehen jetzt mal ganz kurz dahin und dann könnt ihr mehrere biegens kaufen machen das mal einmal eben schnell wird man auch sieht dass man das geld bekommt so hier kann man zum beispiel 10 biegen 16 32 oder direkt ein stack oder auch nur ein bieten hier und dann habe ich wie ihr seht habe ich den jetzt eben verkauft und das geld bekommen leute ja und das war es eigentlich zu dem ganz kurzen video zu dem admin shop leute einfach auf city b12 am spawn beim pilz biome ist ja dem würde ich sagen wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne mal ein like und ein abo lassen bis zum nächsten mal ciao